Und sowas nennt sich Held. Das hätte ich im Schlaf gekonnt, aber mich fragt ja niemand. Aber nun zu einer besorgniserregenden Meldung aus Deutschland. Jedes Jahr sterben hier über 200 Menschen an akutem Herzversagen, weil Ersthelfer vor Ort das Wort Defi... Defri... Defibrillator nicht korrekt aussprechen können. Diese erschreckende Statistik veröffentlichte heute des Deutsche Rute Kreuz. Ich bin nun mit dem Sprecher des DRK, Jochen Mender, verbunden. Guten Tag, Herr Mender. Guten Tag, Herr Neubert. Herr Mender, könnte man nicht viel mehr Leben retten, wenn das Teil nicht Def... Fifi, also wenn es nicht so einen schrecklich komplizierten Namen hätte? Ja, da haben Sie völlig recht. Wenn jemand einen Herzstillstand hat, dann sind Ersthelfer in der Regel in einer Stresssituation, weil es um Sekunden geht. Und das Letzte, was man in so einer Situation braucht, ist so ein kompliziertes Fremdwort, bei dem man sich ständig verhaspelt oder bei dem man eben gar nicht erst weiß, wie man es eigentlich richtig ausspricht. Was kann man Ihrer Meinung nach dagegen tun? Nun, es ist wichtig, dass jeder in der Lage sein sollte, in Ausnahmesituationen nach einem Defibrillator zu fragen. Sie meinen Defibrillator? Ja, ja, vielen Dank. Wir sehen immer wieder Situationen, in denen Erste Hilfe angewendet wird und die Menschen überfordert sind, weil sie schlichtweg Fibrillator falsch aussprechen. Der Defibrillator ist jedoch lebenswichtig und es zählt im Notfall jede Sekunde. Wenn ich keinen Fabro-Dafi... Defibrillator. Ja, zur Hand habe. Was mache ich dann? Ja, natürlich ist ein Defibrillator nicht immer in greifbarer Nähe und umso wichtiger ist es ja, dass man korrekter nachfragen kann. Gibt es hier schon Lösungen? In der Tat, um unnötige Tode zu verhindern, weil das Wort Defibrillator nicht korrekt ausgesprochen wird, schlagen wir vom Roten Kreuz vor, dass in Erste-Hilfe-Kursen künftig auch eine Logopädie-Einheit enthalten ist, in der potenzielle Ersthelfer lernen, wie das Wort Defibrillator... Vielen Dank für das Gespräch. Noch effizienter wäre es vermutlich, das unaussprechliche Wort durch einen wesentlich einfacheren und besser aussprechbaren Begriff wie Herzbügeleisen oder Britzmaschine zu ersetzen. Vielen Dank.